Wir spielen eine neue Map und sie heißt Yacht und Memphis ist auch immer noch mit dabei und natürlich auch der Exleger, der Corny und der Freezer Memphis, verstärken wir da genau Ich kann doch was Klippern hören Kann ich hier auch was verstärken? Ich verstärke hier mal was Ich kenne die Map noch nicht, Memphis auch nicht, aber die anderen haben das schon gespielt Ich kenne keine Map, von daher ist das auch kein Wunder So eine Wand könnte ich noch machen Und die Ja, hier, da, genau Ja, direkt neben der Tür ist halt auch Quatsch, aber Wollen wir mal ganz kurz Ist die bei euch auch relativ FPS intensiv? Ja Ich habe sogar mehr als auf die anderen gerade Hier ist noch was Also ich habe so 90, 80 Oh, das Schild fehlt sogar zu, ist ja cool Auf welchem Seite? Ich gehe mal nach oben, ich bin ein Stockwerk über euch Echt kalt ist denn das hier bitte? Dass hier alles zufrieden? Äh, minus 32,4 Grad Ja, du hättest mal das Schild bei dir aufgestellt haben, ist gerade auch eingefroren Das zerspringt gleich 3000 Heile Hier fährt das? Jo Geh mal in die Kamera Geh mal hier neben sich Was er noch umrennen will Da ist schon einer, by the way Wo denn? Da wo ich gespottet habe Ich sehe keinen, ach da Hier ist aber gerade bei uns durch diesen Raum eine Drohne gefahren Na ja, Musubisi Musubisi Kennt die Map halt überhaupt nicht Der kennt ja keiner Ne Das ist ja der Vorteil Einer ist draußen, habe ich gespottet Achso, da, ja Oben aufgegangen, also zweit ist geschlossen Ne, erstes Ich gehe dann mal zurück Ist der schon drin? Ne, zwei oben Jetzt wird aber hier was Jetzt wird aber hier was gewumpelt Einer hat gerade Stromdamage bekommen Fuck, der sitzt hinter der großen Wandfläche, die wir verstärkt haben in dem Raum Ok Rein Ne, das war ein anderer Ja, da wo ich gestorben bin Ähm Da kommt jetzt der Thermite rein Hier gegenüber der Tür, wo ich sitze, ist es was? Wurde gerade die Bärenpfanne weggeschossen Mhm Xor Ich meine Alte, wie da ein Pakgivana sind Ja, da sehe ich einen Äh, macht gerade Das ist Ash Macht da glaube ich gerade was dran Ah, scheiße, kann man reißen Ah, scheiße Wo? Da Tür heraus war ich abgeschossen, aber genau, kann ich nicht sagen Wurde eigentlich gerade zugewiesen sein, oder? Das habe ich endlich mal Alle, alle Laps halbwegs gerafft und jetzt kommen sie mit einer neuen Da sehe ich einen Wie das ey, hier aussieht, war geil Wo wird das denn sein? Ach, hier kommt noch einer gelaufen Ja, ja, lass mich rufen Und da ist auch nochmal einer Ist jetzt den Stockwerk runtergefallen Einen habe ich? Das ist der, den ich gerade markiert habe, genau Schild ist bei mir? Glaub ich Ne, Schild, es gibt keinen mit Schild Ah, da sind zwei außen Außen? Die kommen aber nicht rein Die gucken mich jetzt an Gucken die Kamera an, jetzt sieht die Kamera aus Okay Die haben ein Fenster aufgesprengt Ash ist hier draußen Wo ich gepinkt habe Vielleicht können die durch die Decke kommen hier What? Der weiß überhaupt gar nicht, was die Sache ist, der Typ Der rennt hier an, wir fahren hier vorbei Fünfzig Sekunden noch Zwei da Einer ist low Ja, einer rennt weg Mit die Tür Conny hat's nach links Nice Woop, ein neues Gewehrchen ist da noch Ja, ich war die Clown Ist das ein Stand oder sowas? Clown, Clown Everyone will clown Boah, da bin ich fast in den Schuss reingelaufen Titan, X-Lear Die Waffe ist voll kacke von dem neuen Operator Ja, die ist auch kacke Guck mal wie die aussieht, ey Instant weg Ist ja wichtig, dass das rauskommt vorne Ja Wie so oft Ich muss erstmal Blendgranaten, vielleicht kann ich die mal effektiv nutzen Der Shotgun vielleicht Ganz gut Vielleicht kann der Breeza mal seinen Ram effektiv nutzen Ja, ich hab zu wenig Ram Oh, ein Türchen Oh, ein Türchen So, ja, puh Das muss hier ratenlos Ich hör, Gemma, die müssten unten sein, glaub ich Da, wo wir auch waren Würde ich jetzt vom Gemma her sagen Ja, ja, Casino Casino's, oh Gott Ja, da wurden ja gespottet, es sieht aus wie das Casino aus Ja, da wurden ja gespottet, es sieht aus wie das Casino aus Ja, hier Ich kann einen spotten Jetzt hoch, Breeza Fahr schnell hoch Ich glaub da muss es direkt sein Ja, ja Wo kann ich hier denn durch? Trampelt doch mal über den Cam Ah So Ah, der Kapkan Ja, da jetzt rechts hoch Weiße Da hoch, oder wie? Ja, wir haben sie gefunden, sehr gut So bin ich Wo ist die denn? Nach da oben Okay, jetzt ist mir wirklich zu Wohin wir müssen Lass uns achtern aufs Schiff gehen Das ist aber nett, dass hier was runtergeklappt haben Oh, was? Eine Yacht also, deshalb heißt die Map auch so Das haben wir sogar gewünscht, ne? Eine Yacht als Map Haben wir? Ja, vor ein paar Tagen noch, ja Hier vielleicht Ich war der Erste Was wir euch alles wünscht Nimmt doch gar nicht Doch, war vor dir Nimm mal einmal weniger wie du Hier bei dem Breeza hinterher Gummimauer, keine Ahnung Und was hast ne Sprengladung? Du hast IQ genommen Ach, ich kann eigentlich mal von außen Wer nimmt den IQ Keine Ahnung von den Klaffen hier Mach mal da ne Sprengladung ran Ich hab keine Sprengladung Sehr gut Ist da clear, Courtney? Bis jetzt nach rechts sind ja Der zog schnell keins Denkst du was anderes Ich auch nix Den macht die auf wieder auf, ne? Lass da hier von der Seite mal ein bisschen Wieso? Ich bin nicht so weiter hinten, aber hier vorne ist zumindest keiner Und dann komm ich euch nach Weg nach links Alter Hier sieht alles aus wie ein Gegner Ja, die werfen sie mit der Beleuchtung auch echt mies Ich, ähm Achso, ihr seid runter Okay Äh, nein Ich, äh, kann auch mal auf die Faltern droppen Seht ihr die Ziele, die ich angezeigt bekomme? Ne, ne? Ne Läuft, ich leg Läuft, hier ist die Frost einfach mal oben gewesen Hat mich instant, hat noch 20 So Guck, der Breezer direkt Ist die da? Ach, da ist die Ah, hinter mir, hinter mir, Breezer Von hinter Hat sie mich erwischt Kann ich denn nicht mehr? Die ist einmal im Kreis gelaufen Ne Alter, die Lichter hier, ach, Gottes Willen, ey Na, wenigstens Kann ich lieber nach hinten mal kommen Hä, was war das denn? Hä, die stand klar, obwohl sie verletzt war Und der Stand Das ist auch eine neue Fähigkeit von denen Boah, ich krieg ja echt einen Anfall bei der Map, ey Ne, pff, ich raff überhaupt nichts Können wir mal kurz markieren Nooo Oh Ja, davon hat man halt leider überhaupt nichts geimpft Du kannst das halt dann sehen, dass da lauter Sachen sind aber Ja Hier genau, hinter ist auch wieder irgendeine Ja Ich markier den jetzt durch, der merkt nach Der kann mich nämlich nicht sehen Ah, jetzt hat Breezer genau in der Sekunde ist dazwischen gelaufen Dann war dieser weiße Kreis auch ein Gegner Äh Hinter so einer Theke da Hinter, hinter Roulette Jo Was ist los mit dem? Alles klar Hatschüber Kick Da, ich markier den in einer Tour durch, Breezer Sieh das zum Glück nicht Weil ich hier... Alter Schwede, ich hab hier so krasse Ruttler Der schaut da auf diesen Durchgang, wo du gerade bist Jetzt kann ich ihn nicht mehr sehen, jetzt ist er einmal um die Ecke gerannt Da kommst du nicht durch, Gemma Mit Granatwerfer aber schon Ne, hat... Hat er ihn nicht mehr Achso, seh ich nicht So Läu Läu What? Direkt jetzt geradezu ist einer Ja, klar Nice So bin ich down, ne? Hä? Spanzig Boah, super Ja, der Turtle ist noch drin Ja Rechts Würde ich sagen Nice Nice Boah Alter Geil You've been preserved Die gehen gerade ab Get dragged Hehehe Wie schön der Kopf auch nach rechts weggeflickt ist So, wups Okay Büsser hat Vorteil, der hat die Map schon gespielt Ja Ich hab Vorteil, ich hab ne vernünftige Waffe Ach, mittlerweile kann man auch die Punkte einfach mal ganz normal aufrufen Im Auswahlmenü Ah, stimmt Ja Stimmt Boah, voll hier die Improvements So, jetzt müsste ich aber auch noch mal irgendwen erschießen Oh, ne Küche, die gibt's auch auf jeder Map irgendwie Ja, haha Ja, muss ja auch immer rausrechnen Ne, ich bin ja nicht auf Kanäle gibt's keine Küche Doch Mist Gibt's da eine Küche? Ja Ja Nehmen den Karten und Raum Ja, genau Ja, stimmt Ist denn das? Ach, mal nehmen sie mir meine Wände weg Nehm ich euch eben eure Westen weg Ich weiß nicht, was für strammeln Hm, ich will auch auf und was Vielleicht hier, ne, ist das überhaupt nix Wir können den hier rein Aber die Runde eben war schon geil, ey Ja, für dich Ja, aber das ist halt auch so ein bisschen so dieser Zwiespalt Du willst nicht eben der letzte sein, weil sonst hast du so ein bisschen sehr viel Druck, sag ich mal Aber irgendwie macht's schon Spaß, wenn du weißt, dass quasi alle dir zugucken Ja, haha So, und das ist jetzt hier die Bärenfalle und was macht die, wenn man drüber läuft? Ähm, die fällt Du bist verletzt und kannst sich nicht mehr bewegen Ach, genau Du bist quasi nieder Die kommen über die Seite, wo ich gespottet habe Du kannst aber auch nicht wegrauben Ich dachte, ne, xd ist noch da Ich dachte, ich dachte schon Hier Leute hab ich da gesehen jetzt Ja, ich Jetzt hat er gleich die Kamera Er ist aber zu doof Er trifft sie nicht Wurde ich denn weiter Ist der blöd? Ich war am besten Hallo Hier war ich doch eben schon Ah, nochmal fünf 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 Zehn Jetzt mehr, da kommt noch einer Jetzt trifft der andere Ey Ist der drin oder draußen? Treff die nicht Draußen sind die noch Also könnte einer schon drin sein tatsächlich Er hat auch keinen Bock Super Ja, einer ist schon drin Im Casino Oder, ne, ist nicht Casino In diesem Raum Äh, von oben Ach, hier ist ne Luke Das ist auch gut zu wissen Geiße, ja Gehen wir mal da rechts rüber Luis Fabian, ich würd sagen Volle Kraft zurück, ne Hier Maschinen zurück Und dann einfach wegfahren Ja, die sind bei uns gleich drin, ne Die sind genau über uns Wo ich jetzt pinge Ja, da hab ich komplett drauf Und oben Also diese eine fällt jetzt mit Oh ja, da stehen ganz viele Ich höre hinter dir Schritte Ich bin mir auch nicht sicher Okay Die sind genug abgefuckt Wo war's denn her? Was waren so Sachen kaputt vor Wut? Da waren zwei Leute drin grad eben noch Achtung Memphis, ich bin links hinter dir Ja Mist Spät gehört Fencher da den Gang runter Okay Fabian, rechts von dir Ja Ja Das war er nicht Memphis Das war er nicht Memphis Ich hab aber auch keine Kamera für deinen Gang Zwei bis drei Leute steppen über uns rum Zwei auf jeden Fall Ah Da kann er auch kommen Fabian, da wo du eben vom Fenster weggerannt bist quasi Ja Den Gang da, ich glaub da sind welche Ich weiß es aber nicht Ich höre da nur Schritte Nein Ach ich bin so doof Nein Ach ich bin so doof Von hinten Im Casino Vom Casino einer niedergeschossen Im Casino einer drinnen Ist ja auch mein Jetzt runter hier Fabian Runter? Runter Ja Jetzt da links rum Oh ich schieß das Ding schnell Jo Genau die meine ich Da war aber noch einer Finde schön Der setzt sich wieder irgendwo auf Paprika-Kartons Hier bei mir Auf mir Gut, da hab ich wenigstens noch mal ein paar Kills mitgehören Das wär so'n schöner Killscreen geworden Ach und da seh ich wenigstens auch mal das neue Gewehr Ja Obwohl aus der Perspektive Hätte ich's mir schenken können Jetzt kann ich ihn markieren Der ist äh Einen Stock Ja Ihr seht ihn ja Und jetzt seht ihr ihn nicht mehr Vielleicht rennt er ja an der Bärenpfanne Das wär geil Ich finde es sehr schön, dass sie die Kameras Outdoor nicht mal Bug und Achtern nennen Oder so Sondern her ist einfach Outdoor Outdoor Kamera draußen, die sehe ich selbst Aber Bug und Achtern, damit hätte ich auch nichts anfangen können Ob der noch kommt Naher, Bug, du weißt doch wo ein Bug ist beim Schiff Na gut, Bug ist vorne 5 Sekunden zu gehen Richtig 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 Hinten sein und wieder Kornig mit seiner Ist das eigentlich Wie der Langschlange Wie so ne Schlange ey Wie schiebt er sich Schiebt er sich durch den Stall oder Nice Das sieht ungesund aus wie der gelandet ist Ja Kornig sicht aber auch Von links nach rechts geht ein Stacheldraht durchs Bild Flawless Victory Ja, die muss man auch erst mal lernen Aber ähm Schön Öfter mal was Neues Eins Vielen Dank.